hallo und herzlich willkommen liebe freunde ich habe mich doch entschieden das video etwas früher heraus zu bringen als wie geplant da ich ein paar sehr interessante infos im internet gefunden habe die ich euch nicht vorenthalten möchte voraussichtlich wird es hier im beim glasier wenn ich es richtig ausspreche mit hier die neue zone entstehen die man im moment leider nicht mehr öffnen kann ich wusste vor einer kurzen zeit konnte man noch für 25 billionen das tor öffnen ist im moment leider nicht möglich das soll die neue währung sein also es wird keine fantasy coins mehr geben keine normalen coins also geben wird dass sie schon noch aber ihr werdet sie nicht mehr brauchen mein ziel war es jetzt eigentlich einmal fantasy coins cap zusammen das sind derzeit 999 billionen nachdem ich die leaks heute gesehen habe werde ich dies wahrscheinlich nicht mehr tun werde dann heute oder morgen meine restlichen münzen verballern werde einige pats an euch verschenken da ich sie und ihr wahrscheinlich auch im neuen update nicht mehr benötigen werdet wie gesagt das wird die neue währung sein hightech coin und da sieht man sogar schon ein bild davon und da hinten steht auch schon wieder eine kanone und ich denke mal da wird man dann ins nächste gebiet reinkommen können so sollen die neuen eier aussehen ich habe auch heute schon ein paar bilder zu den pets gesehen beziehungsweise zu der ersten variante so glaube ich wie ich weiß sehen nett aus die frage ist was sie können ich habe schon gelesen die damage zahlen sollen bei 200 millionen aufwärts liegen ebenso soll es ein giant cat geben soll auch ein crampy cat zur verfügung stehen der dann auch in dieser größe sein sollte was ich gelesen habe naja ich finde das sehr schade jetzt sind wir so weit gekommen im neuen update und das neue steht schon wieder kurz bevor aber mal so ist es eben kurz vor einer billionen overall damage wie man sieht top 100 fängt bei 7,6 an also da sind einige einige triple coin booster in benutzung da bin ich mir definitiv sicher aber ich sage mal so an sich sind wir echt ziemlich weit gekommen was haltet ihr von den neuen infos die pet simulator x angehen was höchstwahrscheinlich in den nächsten tagen herauskommen wird ich hoffe wir haben noch ein bisschen zeit obwohl es an sich meiner meinung nach keine rolle mehr spielt alle pets werden jetzt im nächsten update höchstwahrscheinlich nach dem zweiten dritten eck unbrauchbar sein weil die pets dann einfach wahrscheinlich schon der normal besser sind als wie die rainbows die wir jetzt haben wie im letzten video versprochen verschenke ich 5 empyrian snake ähm ich werde alle verschenken denke ich mal auch die stallion da ich sie jetzt nicht mehr benötigen werde und ja es würde mich freuen wenn ihr wieder einen kommentar unten da lassen würdet die leute die letztens einen kommentar reingeschrieben haben die werde ich wieder im laufe des tages anschreiben und die werden dann wieder ein pad von mir bekommen äh ich hoffe euch hat das video gefallen sollte das so gewesen sein lasst gerne ein like und ein abo da bis zum nächsten mal euer bot j bis zum nächsten mal